was steht mir zeres ist und die weiberschehens willkommen zur nächsten folge zwei oh ja ja ich wieder mit bobo und daniel hallo wir brauchen autos leute ja die aufnahmesession ist zu probleme waren und ich habe hier rumgockelt müssen wir jetzt noch mal den spot finden wo wir waren aber ich höre mich jetzt mit ihr gut an dann ja ein eigener eridium unser erstes cool nur gleich ein auto so wir haben mitfahren könnte auch gerne mal neu spiel was habe ich neu spiel auch geladen das habe ich nicht hochgeladen was war die buchstaste da war er muss so schnell sein hast du den gesehen raffi hast du den auch hingekriegt bis ab meine waffe ist überhitzt mit maus zu fahren ist schon voll nervig weg mit denen ich glaube ich habe total falsch nur einfach den weg entlang ich bin ausgestiegen ja selbst schuld würde ich sagen also bobo ist schon keine ahnung wo aber wir fahren der ist schon wo steigt man aus ff in der nähe und selbst nur auf daniel ist hier unterwegs ein psycho was du bist ein psycho nein du warum bin ich ein psycho stand da stand da Daniel stand da Daniel dran oder was ja glaube ich nicht hast du es auf video hast du es auf video nein ja siehst du dann kann ich das nicht glauben aber ich lüge dich nicht an das weißt du es auf ja 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 so ja ja Leute wenn unsere Stimmen immer noch nicht so engelhaft sind tut es uns leid wir sind immer noch vielleicht verkettet er hat hier mal seine Zunge wieder in die falschen Frauen reingang ich habe ihm gesagt immer schützen aber er ist ja nicht meine Zunge so ist er ne ich bin dann immer dein Leidtragender weißt du ja ey wir müssen zu dem Punkt hinten wo hier hinten wo der Punkt an der Karte ist ach du scheiße wie leckt man äh das ist Daniel ich lauf lieber ist angenehmer hier in dem Spiel hast du einen bürger Scheiß wer schafft einen hast du auch einen ja ich hab keinen ey 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 und ich bin down ja das so wir hätten vielleicht zusammenlaufen sollen ja wäre eine gute Idee im Nachhinein ist man immer schlau ne ja woran hat es gelegen das fragte sich immer im Nachhinein ich wusste hier mit den größten Muggel Waffen spielen ne ach ja stimmt du hast ja alles verloren ja 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 sowas haben wir auch aber wo kommst du denn her hey hier ist ein schlechender Kattus der macht mich an ey ich geh hier nur down alles gut hey immer mit seinem alles gut alles gut alles gut alles gut du hast dir ins Bein geschossen alles gut sind wir einfach mal die Gegner raffi muss ein Unfall was mache ich jetzt ja ich tötze schon guck mal neueres Löffel Stufe 9 Stufe 5 yeah live bei dir ja er wollte auch er wollte auch ihr mobbt immer noch andere Kinder bist du ein Ding bei den alten Menschen ja wenn man kein Führerstand hat boah hä was soll ich machen ach der Typ ist weg komm steig rein auf die ich fahr' ich äh hier ist stark genug haua haua der gerade auch erscheint ähm der daunass ach die scheiße der arsch wir waren selbst äh oh Gott bitte bitte helfen sie mir Mann selbst war Daniel aha Hilfe bitte helfen sie mir ja selbst war Daniel da ist er wieder Alter ist ein großer Daniel oh ja ach stimmt Fähigkeiten kann man ja auch benutzen da war was ey warum ist meine Sniper be beschrieben mit Karelich hast du das Spiel auf Karelich gestellt ö ö ich hätte mir Gedanken machen oh guck mal ihr Video Bumble Bumble äh ein betters Nomade Aua oh Gott Aua der macht übelst Damage mit seinem Schild oh nein oh nein ich habe mich selbst gekillt meine Nate ist zu krass bitte helfen sie mir meine Waffe mal 10 schon haben schmutz ich würde sagen ich würde sagen der bin die Team Profis oder ja ja vorsicht Nate ich glaube die Nate war ganz gut ich glaube die Nate war ganz gut deswegen was du brauchen ok ähm Digga das ist auch richtig geil ne ich krieg nur Stufe 8 Waffen ja wegen uns ja wirklich ey also wirklich du kannst du die die Waffen ja übrig lassen was neblich wie neblich niedrig die sind ja schon neu weißt du ja ja aber trotzdem weißt du lass ich meine alten Waffen liegen und will also auch nicht haben also Raffi kann man es auch wirklich nicht recht machen hey der Typ der ist wär mir das Spiel nicht abgekackt hätt ich äh wär ich jetzt genau äh oh ja würd ich würd ich nicht besser wissen und der würd mir sein Prachtstück immer um die Ohren hauen würd ich sagen er ist ne Frau aber klein Schnibbel hat er nein von Nick Nick 16 cm das ist schon schon groß über die deutsche Durchschnitt 6 cm 6 cm das ist adiatischer Durchschnitt 16 und du hast grad 6 gesagt 16 hörst du zu Mate ich glaube ich folge dir ich glaube ich folge dir das ist falsch hast du gedrückt alter das ist echt ein badass ähm ich habe keine Munition mehr ähm Munition ist alle 300 EP habe ich gekriegt ja ja auch schon wieder Munition gefunden nice ok äh wir müssen Kopfhörer Reis finden ich glaub man hört ihn schon ein ein Kammerjäger hab ich gar nicht gedacht dass ich so in Action will einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen ohne eine Sanctuary um um der ist ein guter ja ja wir haben gerade ist angefangen haben wir schon wieder so spät ja stufe sieben waffen hier ich bin gar nicht bei euch ja du machst das mit raffi alleine ich musste musste noch looten warum habt ihr die stellung verloren ich habe eine schwarze zwei kritische headshots guck mal raffi ist tot da komm da kannst du einen töten warum f f f f f f f f ich wurde gewornt ich wurde gewornt ja die sind gerade echt ein bisschen stärker nach der brücke wo waren kommen glaube ich noch welche die granate ist glaube ich sehr scharf hast du probiert oder was wenn du loot ist könnte ich die leute von der seite abschließen dann bist du gewonnen hat es kein kraft hier mit level 6 rum kriegt ihr nur auf die fresse weißt du was ein vorteil ist hat er hätte immer vorneweg die ganze zeit ja kann man wissen was vom spiel erleben sobald ich ein bisschen gute waffen geht es wieder los jetzt leben wenn du möchtest ich habe 48 leben glaube ich 49 wirklich was müssen wir denn ich glaube wir können hier weg die jungs das wird wieder das wird wieder ja gut dann eigentlich kommen jungs und mädels ja genau zurück das ist nach century wenn das freigeschaltet das kann sein dass du es mit der idium freischaltet das können wir dann wenn ich mich noch recht irren in century dann machen das ist gar kein schild ja ich habe ein level 7 was bist du der 6 ja da ist noch zu gering aber hier ist auch ein paar gegner auf dem weg ich bin wohl der letzten wir kriegen das zusammen hin aber leider nur ihr versucht jetzt wirklich seid in die wunde zu streuen oder ja wir versuchen dir richtig zu helfen ich habe ich habe ja an sich level 6 ich habe vielleicht eine waffe für dich bobo hier oben gefunden ich trockte hier vorne an der kante shotgun benutzt du benutzt du achja stimmt ich kann euch ja weil ich schon da ist die die waffe gemopst hat willst du sie haben alles gut wo ist denn die alles gut ich weiß was fehlt ihr fehlt ein bisschen musik in dem game ich habe vergessen munition hier ist eine waffe für dich raffi, stufe 6 ich habe ja die musik ausgemacht ich habe ja ein bisschen eigene musik eingefügt jetzt muss ich es nachträglich machen ich kann auch singen für dich wenn du willst oh nein das war mir zu lieben ich habe letztes mal das team ausgemacht nicht spaß aber du hast doch gesagt eine engelsgleiche stimme ist heute nicht so ganz da ja hast du recht damit ich nicht wieder schön damit so sprecheanlage benutzen nein ich habe jetzt ein maschinengewehr was wollte ich sagen mit 110 damage pro schuss wir müssen hier gut ja wie jetzt drin ist der macht uns darauf okay machen wir cool cool ihr seid super jungs eine belohnung äh äh deine mutter bei das doof das eine kann man verkaufen auf geht's guck dir mich so böse an du kannst uns helfen wir sind mega fremd aber wir können alle helfen hier kann man verkaufen hier sind daneben mission ach guck mal daniel bei der arbeit was ist das für eine kappe was hast du hier daniel was ist das für eine kappe schöne kappe hast du da an daniel er steht auf die dicken daniel das scooter okay wir sind ein einhorn wir sind ein einhorn ich habe gehört wie die vier stück 15 habe ich bekommen ich habe nur vier ha ihr noobs ich habe keiner drauf geachtet afi kämpft sich zurück ja wo ist denn das zweite ding ist das unten ja aber erst wollte ich meinen mal verkaufen ja du kannst die letzte zelle in earth schwarzwagen kaufen aber sei vorsichtig er ist verrückt er hat mal einen meiner wagen gefressen ja den ganzen wagen einfach so mit einer gabel äh mit einer wo ist das los oh 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 wir sind wieder da hallo wir sind wieder da nachdem beim daniel spiegel frisst das und nein da ist man doch hallo bitte wenn jetzt der versuch der versuch eigentlich vier weil vier steht für vielleicht ne nicht vier sei laut hehehe afi wird nochmal abkacken sehr gut ja ich bin mal gespannt wie oft das noch passieren wird ich hoffe nicht zu oft nein wir wollen jetzt hä bitte die assassine ne ne er hat einfach die mission geändert aber ich war sagen dann nochmal ok ooooh alter das ist die moxie wo ist die moxie wo ist weit drauf auch hallo baby erst mal äh gamble und looten oder wie war das spielo mann meine spielautomaten mit den eigenen ist meiner ist meiner ich nehme mal schnell hin ha hab selber gespielt ja du darfst das noch gar nicht boah ich hab hier ein video habt ihr gehört ja das ist mein Riedemong scheiße der hat bock oh der hat eine waffe für mich ach ne was wie online rückmeldung wieder ein video ja die videos gehen nicht ich hab keine rückmeldung echt hier steht für lifestyle ja einkaufen ja rucksack upgrade ich würde gerne hier mal granaten upgrade und rucksack irgendwie behindert ja das hat was vorher passt auf ok ok ich hab ein tape gefunden wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid um zu verstehen was ich sage dann kommt nach centuary es ist mir egal was jack euch erzählt oder wie gut geschützt ihr euch fühlt die IP in der armee kommt um euch auszulöschen oh ihr überleben wollt dann schnappt euch eine waffe kommt nach centuary habt ihr gehört die kommen um uns zu töten mhm was sagt ihr dazu wie findst du den t-stand hier hinten äh da müssen wir was machen hat jemand eine brandwaffe das ist eine mission kann ich kurz aktivieren wenn ihr wollt weil ich hab keine brandwaffe ich auch nicht äh moxie hat eine waffe nein moxie hat eine waffe für mich gehabt die hat gift ja ich hab auch eine gift hier ist noch eine hier liegt eine rum eine feuerwaffe bei moxie liegt eine rum ja hier nimmt sie das ist meine die hab ich weggeworfen weil ich zu schwach bin dann nimm sie mal kurz und fackle den ab ich bin voll ja fackau brauche ich vielleicht meine waffen ich hab grad gespielt wen soll ich abklaren äh den typ da unten komm mit ah der der auf dem skistand oder was mhm der muss brennen rauh wir gibt aber punkte wenn wir den so töten können wir rappli dass angekommen wartet wirst du aus hat es die xp gegeben ja hat es die xp gegeben ja ja Du bist hässlich. Hat jemand Schock? Ja, hab ich. So, was brauchen wir jetzt? Korrosion. Säure hab ich. Hm. Okay. Slack. Was ist denn das? Was brauchen wir? Slack. Slack, Slack. Äh. Explosivschaden? Oh ja. Ja, sowas wie Gift. Ich glaub, Slack hat man. Äh, ne doch, 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 hier ist die Waffe. Schaffst du. Schaffst du. wunderbar also bei mir ist alles gequetscht also ich habe immer noch dieselben waffen wie vorher das hat gespeichert bevor wir nicht gekommen sind und dann war vorbei ich kann endlich gute waffen benutzen war jetzt die frage ob wir noch ins videos angucken müssen oder nicht ich glaube nicht ich glaube die videos war moxie haben wir gesehen haben wir nebenbeziehung habe ich auch genommen ja dann lass mal machen moment bin ich blöd wie viele minuten sind wir denn gerade 32 das ist viel spaß dabei johnny waffels Johnny Woffitz. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.